Hoch über dem Bodensee im schönen Appenzeller Vorderland auf 800 Meter liegt das Betreuungszentrum Heiden direkt neben dem kantonalen Spital Heiden. Eine auf unsere Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmte Pflege und Betreuung steht im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen. Das Betreuungszentrum Heiden bietet für ca. 70 Bewohnerinnen und Bewohner Platz. Aufnahme finden bei uns erwachsene Personen jeden Alters, die in irgendeiner Weise wenig oder viel Pflege und Betreuung benötigen. Ehepaare und Pensionäre können so viel Pflege und Betreuung beanspruchen, wie sie selber für nötig halten. Auch Menschen, die an einer Demenzkrankheit leiden, finden bei uns eine der Krankheit entsprechende Wohnmöglichkeit. Unsere hellen Einer- und Zweierzimmer sind zweckmäßig und modern eingerichtet. Sie ermöglichen ein angenehmes Wohnen und lassen Spielraum für persönliche Möblierung zu. Alle Zimmer gegen Süden verfügen über Balkon, Radio, TV-Anschluss, Telefon und sind mit WC-Dusche ausgestattet. Ebenso verfügen wir über Zweizimmerwohnungen mit Kochgelegenheit. Ein engagiertes Team umsorgt unter Berücksichtigung von Privatsphäre und Selbstbestimmung die Bewohner und garantiert so ein Maximum an Lebensqualität. Ein vielfältiges, fakultatives Veranstaltungsprogramm sorgt für spannende, zwischenmenschliche Begegnungen. Die Mahlzeiten können nach Wunsch im Zimmer oder im Speisesaal zusammen mit den anderen Heimbewohnern eingenommen werden. Selbstverständlich bieten wir auch eine individuelle, herzlich verordnete Diätküche an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.